Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aus guten Gründen kaufen immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten ihre Kosmetik dort, wo sie auch Frischprodukte und andere Lebensmittel einkaufen, nämlich bei GOB. Wegen dem umfassenden Sortiment, der Qualität, der Sicherheit und der Verträglichkeit der Produkte mit den bekannten Namen und weil man viele davon bei GOB immer wieder günstiger einkaufen kann. Jede Frau wünscht sich eine Haut so zart wie Seiden. Die exklusive Körperpflegelinie DAF Supreme Silk erfüllt diesen Wunsch. Reine Seiden und DAF Feuchtigkeitsspender schützen die Haut und pflegen sie sanft. Beim Duschen gibt die neue Cream Oil Shower ein seidig-geschmeidiges Gefühl auf der Haut. Die einzigartige Kombination von Macadamia Nussöl und reiner Seiden pflegt und schützt ohne zu fette. Die neue Silkening Body Lotion von DAF gibt der Haut den seidigen Schimmer, der perfekt zu der Sommermode passt und die bräunte Haut zur Geltung bringt. Kraftvolles, glänzendes Haar wünschen sich Frauen und Männer. Das ist der Grund, warum viele den Produkten von Elsev vertrauen. Die neueste Pflegelinie von Elsev heisst Vitamax. Magnesium und Multivitamin machen normales Haar noch kraftvoller und schenken einem einen unvergleichlichen Glanz. Ebenso wichtig wie die Pflege ist das Styling. Neben den beliebten Micro Sprays und Vapos von StudioLine bietet der Shell Fonda extra stark bis anhin unerreichte Möglichkeiten. Er garantiert extreme Fixierung und ein besonders strukturiertes Styling der Frisur. Dieser Shell, der mit Multivitamin A gereichert ist, lässt sich leicht ausbürsten und hinterlässt keine Rückstände. Nivea Visa spietet ein grosses Sortiment an besonders hautverträglichen Reinigungs- und Pflegeprodukten, die für Hauttyp abgestimmt sind. Mit den Nivea Reinigungstüchern lassen sich alle Schritte der Hautreinigung in einem Wisch erledigen. Die Erfrischenden sind für normale und Mischhaut und die Pflegenden für trockene und sensible Haut. Ein Energiekick für die Haut ist Nivea Visage Pure Energy. Die neue Tagescreme stärkt die Haut und macht sie geschmeidig. Seidenschimmerpigmente verleihen zusätzlich ein gleichmässiges und seidiges Aussehen. Nivea Visage Pure Energy ist eine hochwirksame Pflege für alle Hauttypen. Wer Pflege draussen hat, hat mehr Erfolg. Auch die Männer wissen, dass nur Rasieren nicht mehr reicht und widmen sich vermehrt der Gesichtspflege. Das Peeling von Nivea for Men reinigt Männerhaut bohrentief und verhindert das Einwachsen der Barthaar. Die revitalisierende Creme Q10 gibt eine neue Energie. Auch müde Männerhaut wirkt belebt und wieder frisch. Bei mir im Studio begrüsse ich jetzt Yves Stöckli, Visagist bei Maybelline New York. Guten Abend Yves. Hallo Pascal, grüß dich miteinander. In Maybelline New York gehört seit 1910 zu den bekanntesten Make-up-Marken der Welt. Warum? Jede Frau wünscht sich sanft geschwungene, lange, dichte Wimpern. Dazu eine volle Lippe, perfekte Fingernägel und natürlich einen sandigen Tein. Und diese Wünsche erfüllt Maybelline New York immer wieder mit exklusiven Formeln und innovativen Produkten. Evenfresh ist ein neues Make-up, das lange hält. Es deckt Unregelmässigkeiten sanft ab und bürgt den ganzen Tag für einen makellosen, gleichmässigen und natürlichen Teint. Bei Mascara heisst die neueste Entwicklung Lash Expansion. Lash Expansion ist eine Kombination von einer Volumenformel mit Latex und einer patentierten Bürste. Jede einzelne Wimpern wird rundherum geschminkt und wirkt durch den 3D-Effekt dichter, länger und fülliger. Mit Watershine und Watershine Diamonds hat Maybelline den Trend zu ultraglanzvollen Lippen lanciert. Yves, jetzt geht es gleich weiter mit einem neuen Produkt, gell? Ja, mit Watershine Liquid Diamonds an einem flüssigen, ultraglossigen Lippenstift für Diamantglanz. Watershine Liquid Diamonds bürgt für maximalen Diamantglanz und ultraglänzenden Wettlook. Er spielt raffiniert mit dem Licht und lässt die Lippen glänzen, wie wenn sie von flüssigen Diamanten benetzt werden. Watershine Liquid Diamonds gibt es bei Gulp in 10 exklusiven Glamourfarben. Eine verführerische Palette für unwidersteilliche Lippen. Und passend dazu der Watershine Nagellock für tagenlange Brillanz. Danke Yves, dass du bei uns im Bistro warst. Gerne. Das war es für heute. Auch in einer Woche geht es bei uns um die Schönheit. Wir stellen Ihnen die schönste Frucht der Welt, die Ananas, ein bisschen näher vor. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank.